und streamst ein bisschen was das straßensperre und da gibt es keinen blut das ist schon sehr viel kommen ja da ist es auch schon dieser steht ein helikopter oder hier ist die verfickte basis von den von den bots kann natürlich auch sein dass ich jetzt das ist so kann absolut da gebe ich dir recht es ist so das ist halt ex einer so gewonnen so zu ron gebe ich dir absolut recht ich glaube ich laufe hier ein bisschen enorm da finde ich eine waffe gleich die bots tot ist zwar großes wunsch denken von mir irgendwelche bots klein krieg gibt es hier ein loot was ist das jetzt aufgesammelt aus aus dass das das und das ein bisschen mehr platz hat es hier unten ist noch mehr und hier ist eine beste bisschen glück hier noch eine waffe er sieht noch mal kleidung das liegt da noch ok eine neid zwischen haben wir jetzt als ich darf muss aufpassen das sind so spezielle sachen jetzt also night vision wird nicht schön standardmäßig angezeigt hier ist einfach mal ein feuer aber sonst kein loot jetzt muss ich aufpassen hier nicht runter fahren ja mit dem zombie komme ich zu recht aber mit einem anderen alles was eine bleispritze hat sich natürlich alles aus kann ich mit dem dosen aufmachen wenn ich mal mit kostet schatz nicht nach schatz nicht kostet da steht einfach ein helikopter ja wir müssen jetzt natürlich die karte hier ein bisschen austesten weil irgendwie gesagt ich bin hier ganz frisch drauf das ist das erste mal wo ich hier drauf gejoint bin das leichensäcke das sind jetzt aber keine leichensäcke hier dann geht dann jetzt ich ich jetzt ich ich Z11 Tragegurt, ah ne Waffe, ja ne Waffe, sehr schön, damit können wir wenigstens schon mal was machen, was haben wir hier, nehmen wir mal mit, da finden wir ja eine G36, oben wird wahrscheinlich wieder nix sein, aber immerhin haben wir eine Waffe, jetzt können wir uns wenigstens wieder erwähnen, so dann gucken wir mal, ob man den Heli fliegen kann, oder ob die abgeschlossen sind, ich nehme an, die sind abgeschlossen, ich glaube keiner lässt so ein Heli einfach so offen stehen, Boah, Backpack, wenigstens mal eins, ist das nicht? Alles klar, hier ist ordentlich gemordet, aber das Weiß stört mich ein bisschen, ich weiß nicht, was das sein soll, also Leichenzelte sind das glaube ich nicht, ne, ich glaube oben ist nichts, ich glaube oben gehen wir gar nicht mehr gucken, aber hier hinten können wir mal gucken, wer schreibt, ach nix für mich, und du den man nicht aufheben kann das ist ja nett verpackter Loot hier geht's Funkgerät haben wir ja schon den platz hat er 160 280 ok ich hatte noch nichts im Rucksack das ist schon mal gut ja der ist wenigstens schön groß ist das eine Map und nehmen wir mal mit Kobaltfile was haben wir hier noch ein Kamut Magazin eine Splittergranate 40 40 gibt ein bisschen mehr Kohle das andere Teil die Kohle ist mir eigentlich ganz ehrlich gesagt scheißegal ich denke nicht dass der Heli fliegt aber wir können hier mal gucken ich hab's gewusst da fuck oben auf dem Dach oben oben auf dem Turm so ein Hurensohn so ein Arsch der hat mich natürlich gehört was für ein Penner Alter ich brauche ein Backup hier ohne Witz gucken was er auszieht viel habe ich nicht mein Freund der Arsch der Arsch hat echt eine Falle platziert das glaube ich doch nicht soll wir es im Ost versuchen oder sowas nochmal da versuchen was meinst du Karl engagesогerschsung hat ein Wo zum Teufel bin ich jetzt? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst.